Ich hoffe euch geht es super und heute zocken wir Fifa. Ja ich werde dich zocken, ich werde mal schön moderieren und zwar wir haben zwei Gäste am Start, zwei Fussballer und zwar natürlich von SV Darmstadt 98. Ich bin der Matthias Hornsack, Links-Mittelfeld. Hi Leute, Ema Karic, Linksverteidiger. Perfekt, also ich frage mal so an, zockt überhaupt Fifa 22? Nein. Also letztes Jahr hast du gezockt, das weiss ich. Ja ganz wenig, wo wir noch mal geredet haben. Das sind andere Spiele, die Favoriten. Aber das letzte glaube ich 2, 8, 2, 9, 2. Ich zock schon mehr. Ich zock auch schon. Intensiver. Ultimate Team her? Ja, nur Ultimate eigentlich. Ich habe schon ein paar Fragen am Start, aber bevor wir reingehen, könnt ihr gerne noch zu Teammanagement gehen. Ein paar Aufstellungen und so weiter. Welche Aufstellung machst du denn, Emi? Am meisten dein Lieblings-Favorit? Ja, 4, 2, 3, 1 ist es. 4, 2, 3, 1? Bei dir? Kann man schon lassen. Ich habe normal immer 4, 3, 3 gespielt früh. Und Taktiken und Anweisungen und so weiter machen? Ja, ich mache das schon. Ja, du zockst ja Ultimate Team. Genau. Hast du auch letztes Jahr gezockt oder nur dieses Jahr? Letztes Jahr mal angefangen damit. Ich habe nie richtig was damit anfangen können. Aber jetzt mittlerweile bin ich schon richtig gut drin, muss ich sagen. Auch in den Weekend Leagues. Nimmst du alle Weekend Leagues jetzt mit? Also 4 oder 5 habe ich schon mitgenommen. Mitgenommen. Von 11 glaube ich jetzt. Genau. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit, dass ich da am Wochenende zocken kann. Vor allem an den Wochenenden, die unterwegs sind. Das ist eher schwieriger. Das ist ja auch nicht so viel, jetzt 20 Spiele nur. Aber es ist trotzdem ein Spiel dauert. Wie viel? 10 Minuten. Kommt drauf an, wenn du sehr gut bist, manchmal 2 Minuten. Ja, ja, am besten sind die die Quitten. Ja, genau. Die sind am besten. Ist es selber so gut? Ich lasse jetzt. Bitte? Zockt ihr gut? Ich habe schon lange nicht mehr gegen den Zockt, weil ich ja eigentlich nicht spiele. Okay, man hat zuletzt gesagt. Was hast du immer so erzählt? Ich habe schon Liefering in der Naht. Ja, in der Naht haben wir gemeint. Ich habe schon lange gezockt. Aber da war auch schon schlecht. Da werden wir gleich sehen. Ich sage eben nicht zu viel, weil sonst werde ich noch nicht bein. Zockst du viel? Ob ich viel zocke? Ja, also am Tag 8 Stunden. Ist das gut? Es geht ja noch, oder? Es geht. So, ein paar Fragen habe ich natürlich. Du zockst jetzt Ultimate Team, hast du gesagt. Mhm. Wie viele Siege holst du ungefähr? So stark bin ich nicht. 80 vielleicht. 80? 80 ist 9. Zockst du alle 20 Spiele? Meistens breche ich dann ab, wenn ich an drei oder sowas schon bin. Und? Was gezogen? Einmal Neymar. Einmal Neymar. Und Goretzka in Form. Und Kunku in Form. Du hast ja gesagt, du zockst jetzt so viel. FIFA Ultimate Team. Du konzentrierst dich jetzt auch krass, ne? Ja, krank. Ultimate Team? Gar nicht dein Ding so? Doch, habe ich früher gespielt. Aber wenn ich FIFA früher gespielt habe, dann immer Ultimate Team. Wie ist das so, wenn man zum Beispiel Cristiano Ronaldo zieht, ne? So als Fussballer freut man sich auch? Ich gehöre von früher. Ich bin ausgezuckt. Oh, oh! Abstoß-Eckball, glaube ich. Abstoß-Eckball. Mach den, oder? Eckball. Schon seine Reflexe wieder zeigt, ja. Der Leuchtturm noch da vorne. Und? Du musst schießen, du musst schießen. Ich bin Fabi. Guter Ball. Und als du jetzt Dixi gezogen hast, hier nebenan. Ja. Und wie war's? Hast du dich da auch gefreut so? Ja, natürlich. Jetzt mal ehrlich, auch viel investiert? Nee. Gar nicht? Nee, also vielleicht dieses Jahr 50 Euro. 50 Euro? Ja. Und dein Team momentan kostet? 2-3 Millionen Save, oder? Nee. Nein? Nee. Ja. Aber in den Körper reinstecken. Ja, ja, aber die anderen Spieler sind jetzt nicht so überragend für die Sache. Hast du nebenan direkt verkauft oder zockst du jetzt? Nee, ich zocke mit dem jetzt. So, und jetzt? Andere gute Spieler von mir ist Schauscher. Finde ich gut. Ernst jetzt? Ja, ja. Finde ich super. Super Eurocard. Ja. Also, unter uns jetzt, ne? Ja. Absolut Katastrophe. Ich finde ihn super. Katastrophe. Ich finde alle, die was sagen, zum Beispiel Abelie Peléon, ich feier den gar nicht. Ich feier den. Ja. Oder Feekliff eigentlich auch gar nicht. Auch super Typ. Nee. Schauscher viel besser. Loch jetzt neu. Rauskommt und jetzt. Schuh. Ich brauche dich. 1-0. Oh. 1-0. Ich doch. Ja. Was macht der da vorne? Was macht der? Ich habe das Video gesehen, letztens. Ihr habt eure FIFA-Karten so ein bisschen angeschaut. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich fange jetzt mit dir. Okay, was habe ich? 70 habe ich gehabt, gell? Ja. Ja. Tempo war glaube ich so 84 oder so, ne? Tempo war okay, ja. War okay? Ja, egal mehr, oder? Könnte. Ich glaube. 80, 85 glaube ich. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich muss mal schauen. Glaube ich 85. Hätte ich mir eine 90 erwartet. Ich habe auch ehrlich gesagt so 90 erwartet. Schon, gell? Ja. Aber keine schlechte Karte. Ja, ist okay. Du hast dich auch krass aufgeregt, ne? Ja. Das habe ich euch gesehen. Ja. Meinst du? Was hast du? Du hast 70, glaube ich, bekommen, ne? Nee. 66. 66? Realistisch wäre er so 70? Schon? Ja. 69, 70. 69, 70. Schon okay gewesen, sag ich. Ich werde mich nicht beschwert. Genau. Und ich habe dich auch so auf der Bank. Machst du mich? Ja, manchmal kommst du rein. Oh, ich bin da. Okay. Ich gehe aber nur zum Ball, ey. Was ist denn das? Schnell, Leute. Wer war das? So, 64 jetzt. Na, das haben wir. Okay, mal. Hast ihn. Komm mal. Oh, ey, 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 ey. Ich muss nochmal weg, so sorry. 2-0 hier. Bäm. Ich muss aufholen. Bäm. Bäm. Hm, Road to glory, ja. Ich hab dich da. Du kommst so in der 75. Wenn ich immer so 504. Kommst du in der 75. rein. Nur? Ja. Aber du machst immer ein Tor. Ja? Ja. Ehrlich gesagt, das ist gut. Und bei dir, ich hoffe nächstes Jahr. Das hofft jeder. Ja, wenn wir aufsteigen dann dieses Jahr, ne? Ja. Dann bekommst du 100% eine bessere Karte. Ja, okay. Ja. So ein Silber 73er, 72er safe. Und bei dir so ein Gold non-rare. 75. Geil. Stell dir mal vor, mit Tempo 90 noch. Ja, aber der ist safe am 90er. Der hat ja alles aufgeräten. Komm jetzt. Spiel nochmal. Vielleicht mal schießen wir jetzt. Nicht mal zu schießen, komm. Nicht mal Eckball, oder? Eckball, oder? Ey, Abschluss. Hey, nein. Komm du Kriester. Komm, schnell nach vorne her. Komm jetzt. Ja, komm. Und? Nein, was soll das? Okay. 2-0 und dann noch. Lupa versuchen. Gigi. Ja, wenn dann ein schönes Tor, oder? Ich hab schon mal ab. Oli. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich bin Dreniger, oder? Wenn du gegen mich spielst, dann kannst du dich warm abziehen, oder? Na, na. Na, na. Na, na. Jetzt gibt's Feuer. Dann werden wir jetzt noch einspielen. Ich hätte fünf rote Karten. Ja, aber wir brauchen noch eins, bitte. Also, wir wollen noch eins, aber... Mal stark. Okay, jetzt aber. So, also, das war's. 2-0. Glückwunsch. Dankeschön. Stark gespielt. Ja, war okay. Ähm. Ich sage nix. Ich sage nix. Ich sage nix. Leider hat 2-0 verloren. Was soll ich machen? Kann's halt nicht besser. Glückwunsch an Emir. Hat stark gespielt. Und das war's. Ciao. Ja, der Elfmeter war vielleicht ein bisschen unnötig. Zu dem Zeitpunkt. Aber ich respektiere trotzdem Hansi und seine Spielweise. Er ist in anderen Spielen, die überlegen. Das kann ich auch bestätigen. Also, ist alles gut. Nochmal Dankeschön und wir verabschieden uns und sagen Tschau. Was ist mal ein bisschen. Vielen Dank.